einen wunderschönen guten morgen mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu ja und ich glaube ich kann schon mal in den ladebildschirm gehen aber ich hätte vorab schon mal sagen es wird jetzt so sein dadurch dass ich so viel arbeiten bin und zwei let's place dass ich jetzt das so handhaben werde dass ich glaube 15 bis 20 minuten folgen von tomb raider haben werde und so damit gewährleisten kann dass ich auch wirklich jeden tag eine folge habe ohne dass irgendwas ausfällt weil 30 minuten folgen sind derzeit einfach zu lang und dann würde ich auch nicht wirklich sehr gut daher kommen mit aufnehmen und schneiden und von daher meine ich jetzt jeden tag 15 bis 20 minuten folgen hochladen und dann kommt zumindest jeden tag etwas so aber dann wollen wir jetzt ja nicht weiter lange rum schnacken dann fangen einfach direkt an ein bisschen leiser machen mein ohren das sieht cool aus und dann liegen wir mal los wir sind gestern hier stehen geblieben ich glaube das ist einfach nur taschenlampe liegt da vorne ist das haus damit sie gerade meine maus ein bisschen ins kündchen das ist schon mal ein bisschen besser ja so fühlt es sich besser an das ist auch meine erste aufnahme mit der neuen statur jetzt vor ein paar tagen angekommen ist ich muss echt sagen die fühlt sich nice an also richtig richtig schön hätte ich nicht gedacht ich war ja schon seit ein paar jahren immer so kauf mir jetzt noch das tour oder kopf mir jetzt keine aber jetzt im endeffekt bereue ich es halt wirklich nicht dass ich mir das tour zugelegt habe und sie ist auch ein bisschen kleiner muss man sich heute angewöhnen aber die ist halt echt ich mag sie sieht schick aus schick aus kann man was machen wenn ich gut finde ich echt dann darum sind auch noch so viele gewesen muss ich mir kurz konzentrieren dass ich keinen pfeil verschieße aber ist ja eigentlich alles gegangen oder so verbessern sie waffen im lager sehr gerne erst kurz da weil so wie es aussieht kann ich da hinten rein und dann auf 3 das hat ja glücklicherweise niemand mitbekommen mal kurz mal kurz das da holen einen kleinen ausstecher ausstecher kleinen ausflug hierhin abstecher so jetzt habe ich das richtige wort ich den typen auch noch mal eben kurz blündern wo ich mal auf kuh hier ist noch jemand und aus habe ich noch eine kiste aber ich glaube da konnten wir so gar nicht hin bin mir aber auch hier gedrückt jetzt noch mal kurz machen weil ich habe neugierig bin auf einmal weiß zu meinem kurz ausprobieren und wenn es dann nicht klappt dann ich einfach weiter andererseits ist da oben irgendwas so wie es ausschaut nicht aber hoppala verzeihung aber hier ist etwas was haben wir denn die schönes also ich würde sagen viel viel zu lange dann gehen wir wieder hier rüber rutschen rüber und da habe ich natürlich mal wieder nicht mitbekommen dass ich irgendwas drücken musste aber ist ja auch nicht so schlimm ich habe hier rüber und dann passt das und so den sprung hat sie jetzt irgendwie nicht gemacht oder ich bin irgendwie einem stein hingeblieben aber das kann ich zur not ja auch noch mal später machen wer kann 100 prozent von hier haben ich dachte wenn er mal ein kurzer lang habe ich mich ein bisschen getäuscht und da muss ich glaube ich da oben rein da nein weiß ich nicht ich gehe einfach mal hier oben hin kann doch einfach glaube ich den hier machen und dann ist die tür offen hahaha was haben wir denn hier schönes hier ist nur eine kiste drin sonst ist hier glaube ich gar nichts oder nee nee aber nur eine kiste ist auch wieder falsch es ist zumindest eine kiste 65 waffenteile doch ein guter wert und ich bin kurz im lagerfeuer und guck mal was ich da noch verbessern kann in dem haus schon drin nein natürlich nicht offensichtlich das größte haus und genau in der mitte sieht man als erstes und ich natürlich nicht da rein gucken wir uns mal ein kurzes tagbuch an krieger der sturmwache wir stehen heute am beginn einer großen veränderung die flotte des feindes die auf unsere küste zusteuert wird die letzte sein die je versucht unser geliebtes jammatai einzunehmen der zorn unserer großen sonnenkönigin wird einen gewaltigen sturm herbeirufen und wir werden auf den winden reiten und den feind vernichten aber wir werden nach dem sieg nicht aufhören mit einem neuen tag wird das licht unserer königin sich über die ozeane erstrecken und alle länder erleuchten und während wir aus jammatai in der wärme ihres glanzes baden werden unsere gegner brennen ok ja auch mal wieder ein wunderbarer gefährt 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 auf dem weg und reise können die pistole hat ein paar neue sachen was haben wir denn hier ergonomischer griff direkt ein schalter von nämlich direkt ohne langes fackeln da kann ich wahrscheinlich auch ein zwei leute einfach blitzschnell ausschalten ohne probleme irgendwie ausrüsten ok doppelt jetzt habe ich einen schalte drauf sehr schön größtenteils werde ich glaube ich trotzdem mit dem bogen anfangen weil er einfach noch leiser ist und ich glaube sogar noch ein bisschen präziser ich will hier nicht lange drauf sein die brücke sieht so so unstopilos ok also ich habe ganz unfreiwillig da sind die wölfe ok ok also doch noch mit e hätte mal kurz angst dass ich schon wieder irgendeine kacke war und weil er den sprung vor nicht genommen hat aber aber meine bedenken ja mal wieder komplett umsonst und das lag nur irgendwie wieder dass ich am falschen winkel angesprungen bin oder so ich habe vorne doch noch irgendwas ok im geocache muss ich wieder irgendwas die antwort ist ja so dann krabbeln wir mal hier unten lang ich frage es nur sind hier noch wölfe ich meine die kommen ja nicht von irgendwo ne wo ich raus gehe unten ist doch bestimmt irgendwas da weil ich jetzt nicht unbedingt drunter sprüge auch hier ist ist nichts ist wirklich nichts ok es gibt den abschnitt wirklich nur um boven passanten wie mich zu ärgern das werde ich mir merken ist schon ok der tempel brennt halt einfach hier also das glaube ich gar nicht ist das tempel ist die stadt ich glaube das ist ein teil aber er brennt halt einfach komplett ne ganz kurz irgendwie waren das noch eine sekunde ok so geht das also perfekt ich habe mal kurz einen screenshot gemacht weil ich wahrscheinlich nicht heute nicht morgen aber ich will meine screenshots ok gut also weil ich meine jetzt mal irgendwie nochmal überarbeiten möchte und dafür gucke ich mal so ein zwei screenshots an ich weiß noch nicht ganz genau wie ich das machen werde ich glaube je nach spiel auch ein bisschen unterschiedlich aber das werde ich dann sehen wie ich das am besten mache vorläuft bleibt natürlich erstmal bei meinen jetzigen sind vielleicht nicht ganz so die Bombennails die man ne unbedingt erwartet aber so für den Anfang finde ich sie doch ganz schick weil den Thumbnails machen muss ich mich persönlich auch erstmal ein bisschen rein fuchsen so da muss ich erstmal gucken und oh oh überlegt gerade ob ich darüber komme ich würde es endlich gesagt nicht ausprobieren ich gehe einfach ich ich gehe einfach und jetzt muss ich erwarten ok tschüss tschüss schreibt mir ne karte Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürmer verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Seth. Du musst das ganz was für dich behalten. Ich helfe mir erst, das Boot zu verbarieren. Aber dann gehe ich land einwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Seth. Okay. Sei vorsichtig. So. Man sieht noch überhaupt nichts. So. Muss ich da raus? Oder wo? Okay. Versuche ich mich gerade noch ein bisschen zurechtzufinden. Dann. Den Sprung schaffe ich nicht. Den Sprung werde ich niemals hinbekommen. Ähm. Okay. Gut. Ich hatte gerade wirklich versucht, den Sprung zu machen. Aber ich habe noch diesen Seilen gesucht. Ich dachte, die sind ein bisschen weiter oben. Waren sie nicht? Also habe ich es glücklicherweise sein lassen. Sonst wäre ich es wahrscheinlich schon wieder ins Nirvana gestürzt. Aber ich denke, das passt schon. Das passt schon. Das kann doch ruhig, 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 ruhig bleiben. Ich schweb mir einfach nicht. Ich schweb mir einfach nicht. Hier schwebt halt einfach wirklich fast ein ganzes Schiff, ey. Ich schweb mir einfach alles kaputt schießen. Aber ich würde jetzt mal eben kurz auf meinem Schiff wechseln. Na, komm raus. So. Oh. Muss mal kurz nachladen. Oh. Nicht. Oh. Oh. Nicht. Oh. Oh. und so ich bin mein gott ein bisschen näher rangehen also muss sind sie ja ich habe ein bisschen mehr angst als ich eigentlich sollte glaube ich mal kurz nachladen und weiter wandern also ich bin mir nicht so sicher ob ich so viele shotgun schüsse abhalten würde sind es jetzt unendlich oder sie gerade ein bisschen okay jetzt muss ich dem wahrscheinlich aushalten da kommt bestimmt irgendwie ein fass oder so runter ok schnell hoch aber das lieb ich meine das schießt mir hier gerade irgendwie weg frei so schnell hier hoch hilf dir selbst die einfach selbst erst auf mich schießen und danach hilfe 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 das sind mir die richtigen was so braucht es schießt er weiß es schnell der hoch was das meint ist was das war es natürlich noch nicht natürlich natürlich durch auch jederzeit machen ist klar ist klar ach mal auf ach du scheiße es hat echt kein glück wenn ich mal auf expedition gehen sollte und ich so eine habe das ist die letzten die ich machen würde das glaube ich auch ich glaube auch die anderen hatten einen leichteren weg als das der macht auch immer sachen ja nicht mehr normal junge doch da vorne doch nicht da muss doch bestimmt gleich noch was machen dann habe ich noch waffen teile oder dass der strand das ist es ist einfach ganze kriegsschiffe ich guck durch das an eins zwei das ding drei ganze kräne wurden rausgebaut bestimmt war das hier auch mein schiff ja hier frachtkran und alles herrliche wo sind wir hier nur gelandet wo sind wir hier nur gelandet so aber ich sehe gerade die folge ist auch schon wieder jetzt zu ende ich bedanke mich fürs zugucken oder zuschauen je nachdem was euch lieber ist und ich sage tschüss und bis zum nächsten mal ciao